Ich bin Reto Möhr und ich bin der Moderator von MöhrTalked. Ja, es war wahrlich ein Sommermärchen, was der FC Voduz dieses Jahr zelebriert hat. Hier in dem Stadion von Tabellenplatz 9 in der Challenge League durchmarschiert bis auf Platz 2. Und dann das Entscheidungsspiel der grosse FC Thun. Der FC Thun besiegt und ist aufgestiegen in die Super League. Und der Kopf des ganzen Erfolgsteams ist der Präsident. Und der ist heute mein Gast, der Patrick Burmeier. Ja, hoi Patrick, schön bist du mein Gast heute. Danke vielmals für die Einladung. Hier in der Representing Lounge, so heisst sie, glaube ich. Hier im Rheinparkstaden auf der Nordribüne. Ich bin selber auch zuerst einmal hier. Man sieht, dass man immer raufschaut, aber nicht viele Betriebe da sind wirklich nicht so oft genutzt. Warum gibt es die überhaupt? Die kommt eigentlich aus der Aufstiegssaison 13, 14, als wir in Super League gekommen sind. Wir haben dort verschiedene Rahmenbedingungen rübergekommen, auferlegt. Vor allem, was die Sicherheit anbelangt, mit den ganzen Drehkreuz, mit den Zugängen. Und unter anderem ist auch für die Medien vorgesehen, dass wir dann Präsentingsstudios haben, wo sich die Medien vor allem und den Fernseher zurückziehen konnten. Und wir haben dann einfach aus der Erfahrung herausgemerkt, dass sie einfach zu wenig gebraucht wurden für das. Darum hatten wir die Idee, dass wir da eigentlich eine FCV-Logen daraus machen könnten. Aufstiegs-Super League, da kommen wir noch noch darauf zurück. Das ist ein gutes Stichwort Anforderungen. In der Super League würden die Anforderungen generell höher sein, die Sachen, die man nicht sieht. Verzähl mal, was ist da alles neu in der Super League? Was hierherum so alles passiert? Für uns, vor allem was die Hamspiele anbelangt, gibt es natürlich ganz andere Anforderungen. Vor allem für die Medien, fürs Fernsehen. Wir hatten zwar auch Challenge League Spiele, die immer überdreht worden sind. Aber in der Super League hast du einfach viel mehr Kamerapositionen, Du hast mehr Übertragungswege, viel mehr Personal, das im Einsatz ist. Und auch natürlich unsere Pressemitarbeiter, die da kommen, sind viel mehr gefordert, weil wir einfach viel mehr Akkreditierungen pro Spiel haben. Es ist einmal der mediale Bereich. Dann gibt es natürlich auch sicherheitstechnisch ganz andere Spiele in einer anderen Liga, weil du einfach viel mehr Leute hast. Du hast auch den Eingängen, Ballungspunkte und natürlich vor allem der Gäste-Sektor, die aber in der jetzigen Lage mit der Corona-Situation ausgeschlossen ist. Das sind also die Punkte, die uns am meisten am meisten bewegen, neben dem Catering, das natürlich dementsprechend auch anders wird sein. Wir haben mehr Ausgaben bestellen, weil wir einfach mehr Leute im Stadion haben. Du hast es angekündigt. Medial ist es eine Superliga. Es ist auch die Plattform, die man sich präsentieren kann. Und das ist ja riesig. Also nicht nur für den FC, sondern für die Gemeinde, sondern auch für das ganze Land. Man wird überall ausgestrahlt. Gibt es da Zahlen, die das auch messen, wie hoch die Streuweite ist? Ja, manchmal verschreckt man selber, wenn man die Daten rüberkommt, was wir eigentlich für Kontaktzahlen generieren. Also, wir haben hier von der Liga immer, von einem unabhängigen Bürokommerrat die Zahlen über. Die Challenge-Liga und die Superliga sind natürlich ganz eine andere Welt. Aber eine Superliga redet, wie gesagt, von einem Ham-Spiel von 800'000 Kontakten. Wenn du dazu redest, was alles für Highlights zu sehen kann, im Schweizer Fernsehen, Sportpanorama, Sportaktuell usw. mit der Digitalen generierst du bis zu über 10 Millionen Kontakte. Und das ist natürlich für uns einen enormen Wert. Super, oder? Verdutze mitten dieses Geschehens, kann man sagen. In aller Munde. Tolle, tolle Plattform. Können wir jetzt aber auf den 11. August reden? Der wird dir nicht mehr aus dem Kopf kommen, wahrscheinlich. Der 11. August 2020. Ja. Die Mannschaft ist dann noch zurückgefahren. Daher ist das Stadion eine kleine Vier gemacht. Und der Patrick war aber nicht da gewesen. Der Stille genieße er. Ja, es war eine extrem intensive und emotionale Zeit generell. Und wir haben dann schon noch 1-2 darauf angestossen. Aber ich war von dieser Mannschaftsrückreise hier noch, aber im Stadion bin ich nicht da gewesen. Ich war vorher arm gegangen. Ich war einfach zu müde. Ich war zu kaputt. Und habe dann aber am nächsten Tag natürlich auch noch mit allen anstoßen können. Also ein bisschen feiern haben wir schon noch. Was mich trotzdem interessieren. Was hast du gemacht, wo du heimkommst? Respekt hat? Ja, bei mir daheim sind alle... Nein, der Junge ist dabei gewesen, muss ich sagen. Der Junge ist mit auf die Wunsch gekommen. Ich musste mich zuerst um ihn kümmern. Dann habe ich das Beton. Meistens habe ich dann noch nach Berichterstattung auf dem Spiel geschaut. Weil es doch um Idealsehe aufgenommen worden ist. Und ich konnte dort noch einmal den Moment ein bisschen Revue passieren lassen, um es zu geniessen. Und dann habe ich das Beton. K.O. Ich habe es in der Arm-Moderation erwähnt. Oder ich habe es genannt. Es war ein bisschen ein Sommermärchen, was der FC Verlustag geleistet hat. Wirst du dem zustimmen, oder? Ja, einfach auf der ganzen Ausgangssituation war es für uns sehr ein bisschen anders. Wie vielleicht dazumal eine Saison 13-14, wo wir ja noch als Mietfavorit gehandelt worden sind. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind vielleicht noch ein bisschen anders. Wir haben unser Jahr 2018 ein bisschen neu aufgestellt. Bei einer neuen Strategie. Ich sage jetzt einmal, der erste unter zwei Plätze nicht unbedingt unser Ziel. Sondern man sieht, wir wären unter die besten fünf gekommen in der Challenge League. Und mit der ganzen Voraussetzung, die wir noch hatten mit dem schlechten Start in die Saison, wäre es, glaube ich, auch vermessen gewesen, wie man sich dort noch das erträumt hat. Aber manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht aus, aus deiner Optik? Ihr seht, das war ja nicht der Plan gewesen. Die neue Strategie. Nicht vorgeben, dass sie zwingend aufsteigen wollen. Die Auslösung wollen angefangen, die Mannschaft und den ganzen Verein anfangen zu denken, wohl, das schaffen wir jetzt. Das muss jetzt unser inneres Ziel sein. Ich glaube, das habe ich auch schon einmal gesehen, für mich ist die Grundbasis gesehen ein Weilspiel, das wir auswärts Vieras verloren haben, wo wir einfach gesehen hatten, innerhalb des Vereins. Wir müssen jetzt einfach irgendein Zusammenrat gehen. Wir halten zueinander, auch wenn von aussen schon die ersten Kritiker laut worden sind. Ich glaube, dass man in dieser Situation wirklich ruhig geblieben ist und alle weiter arbeiten lassen hat, weil wir gewusst, dass wir alle einen guten Job haben, wir haben Potenzial. Für mich war dort auch wirklich so ein bisschen die Grundlage. Und als wir dann nachher die Serie gestartet haben, bis im Winter, da bist du wirklich einmal in der Winterpause hergehockt, und du denkst, die Saison ist wirklich viel möglich, weil wir haben jeder geschlagen können. Wir haben auch jeder geschlagen. Für mich ist es sehr ob jetzt der Punkt, ob wir auswärts in den GC gewonnen haben, um wirklich einmal zu sagen, hey, innerlich, wir könnten jeder packen, die Saison. Wenn wir eine Story zu haben, den Lauf, den wir haben, dann ist vielleicht auch noch viel möglich. Kommunikation und Genossen ist immer die eine Sache, aber intern, im Team, mit den Spielern, mit dem Staff usw., ist da nie Druck gewesen, denn mit den Spielen, mit dem Staff. Dort ist klar, irgendwann steigt der Hunger und man möchte dann wirklich diesen Aufstieg haben. Wann ist das passiert? Oder wie ist das passiert? Ja, ich glaube, wir vom Verein aus haben dort wirklich auch die Sportler geschlagen, machen und arbeiten lassen. Wir haben ganz bewusst nicht irgendwo Druck auferlegt und gesehen, wie wir das und das erreichen. Sondern das hat die Mannschaft für sich auch selber festgelegt. Und da muss man schon sagen, dass gerade auch der Trainer mit dem Mario, mit dem Franz als Sportchef, einen super Job gemacht haben. Wirklich auch, wie sie die Mannschaft gepusht und wie sie einfach daran gelobt haben. Man hat auch mit Etappenzielen gearbeitet und wie sie dort wirklich die Spieler am Ball behalten konnten. Das war für mich extrem spannend, zu beobachten. Und ich glaube, dann hat es auch so ein bisschen Nagedynamik gegeben, dass wirklich die Mannschaft daran gelobt hat. Man hat das Spiel für Spiel genommen und hat gesagt, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, dann sind wir am Ende vom Tag. Und dort vorne. Und gerade wo wir vielleicht daheim gegen GC verloren haben, ist vielleicht ein bisschen ein Tiefschlag. Man hat daran geglaubt und man hat gesehen, wir bleiben auf Schlagdistanz, wir machen unseren Job und vielleicht stolpern die GC auch noch. Und so ist sie dann schlussendlich rausgekommen. Was traust du der Mannschaft noch künftig zu? In der Super League? Hat sie noch Potenzial? Was ist da? Ja, wir sind eigentlich überzogen, dass die Mannschaft so, wie wir sie jetzt aufgestellt haben, ist ja eigentlich die gleiche Mannschaft, wie wir jetzt aufgestellt haben. Ist halt eingespielt, oder? Ist eingespielt, ist sehr für uns ein Vorteil. Und wir haben uns auch ganz bewusst gemacht, dass wir die Mannschaft nicht komplett geändert haben. Wenn wir gesehen haben, die Spieler haben sie verdient, die Mannschaft ist aufgestiegen. dann sollen sich auch diese beweisen können. Dann sollen auch die Spieler ihren Traum leben können und in der höchsten Schweizer Liga spielen können. Und ich glaube immer noch, dass wir noch Potenzial haben, aber sicher wird es so sein, dass wir der Underdog sind. Das ist einfach so. Also nicht schlecht ist grundsätzlich. Die Nussungslage ist ja sehr angenehm, oder? So ist es. Du hast eigentlich nichts zu verlieren. Ja. Obwohl auf der anderen Seite muss man schon sagen, jeder hat es verloren, dass er nächstes, wenn wir abstiegen, nicht mehr in der Super League spielen darf. Und das ist, glaube ich, Motivation genug für die Spieler, für den Verein, alles zu geben. Aber trotzdem, glaube ich, tut es uns gut, wenn wir am Boden bleiben, wenn wir Spiel für Spiel schauen und weil wir der krasse Aussenseiter sind, probieren wir dort die Überraschungen zu arbeiten. Sehr interessant. Ich wollte noch kurz zur Strategie eingehen. Die ist ja quasi mit regionalen Spielern zu arbeiten, mit jungen Spielern zu arbeiten. Ist das die Erfolge, den wir jetzt gemacht haben? Ist das auch ein bisschen Teil dieser Strategie, oder willst du es nicht so sehen? Ich trete sehr dazu bei. Also ich bin überzeugt, dass der Weg, den wir 2018 eingeschlagen haben, richtig ist, dass wir vor allem unsere Rahmenbedingungen gut einordnen und dann aus dem aus das Beste schöpfen. Und dazu gehört natürlich auch eine gescheite Kaderplanung, die vor allem einen regionalen Bezug hat. wobei wir sagen, ganz klar für uns ist es wichtig, dass auch die Spieler zu uns passen, unseren Wert entsprechend von Mentalität zu uns passen. Es nützt uns nichts, wenn wir einen talentierten Spieler vom Lechterstaat haben, der einfach von der Einstellung und vom Typ her nicht zu uns passt. Und ich glaube, darum ist das für uns Ausschlaggebend. Und wir wollen natürlich, und sind ja auch intensiv daran, dass wir die Region, ob es jetzt im Bündnerland oder im Rittal oder im Glarus oder im Veradlberg ist, dass wir das wirklich wo abgrasen und dort spannende Spieler integrieren. Aber wie gesagt, für uns ist es sehr wichtig, dass sie zu uns passen. Nachhaltigkeit, ich meine, es ist jetzt halt eine strategische nachhaltige Strategie, das würde ich jetzt mal so sagen, aber Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein Thema Gesellschaft, Politik, aber auch die Wirtschaft schreit nach Nachhaltigkeit. Ist die FZV-Dutzin im Zusammenhang auch schon überlegen am Anstellen, was so oder was macht in dem Bereich Nachhaltigkeit? Ist das Thema schon präsent ist? Ja, Nachhaltigkeit im Fussball ist ganz schwierig, weil es ist ein Tagesgeschäft, oder? Gerade auch was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, dass du Nachhaltigkeit planen kannst und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein Wunsch von vielen Klubs. Aber dort muss ich wirklich sagen, da dürfen wir mit unseren treuen Hauptsponsoren MBPI wirklich haben wir eine super Ausgangslage, die uns überhaupt etwas ermöglicht, dass wir im Profibereich tätig sein können. Und das ist schon einmal ein Grund für die Aussetzung. Klar, haben wir auch andere Themen, wo Nachhaltigkeit wichtig ist für uns, sei es im Nachwuchsbereich, sei es Durchlässigkeit vom Nachwuchs und mit der zweiten Mannschaft, wo wir versuchen, junge, regionale, talentierte Spieler im Profibereich herzuführen. Vor allem mit unserem Breitersport, wo wir die Drittmannschaft haben. Ich glaube, das ist etwas ganz Nachhaltiges, was wir für unseren Verein gemacht haben, dass wir die Drittmannschaft unter dem FCV-Dutzin installieren dürfen. dass wir auch Leute, die im Verein seit klein auf sind, wirklich bis zu den Senioren im Verein bleiben dürfen oder können. Und dass wir auch so eine Identifikation schaffen. Und wie auch gesagt, haben wir auch andere Pösten mit sozialen Projekten, die für uns einen nachhaltigen Charakter haben, wie auch im ökologischen Bereich. Wir haben verschiedene Sachen, die wir anreissen. Darum sagen wir uns, ich sage jetzt mal, ein Claim ist ja mehr als Fussball. Also es ist für uns ganz wichtig, dass bei uns nicht nur der Profifussball im Vordergrund steht, sondern auf verschiedenen Ebenen probieren, unseren Impact gegen die Gesellschaft. Genau. Machen wir einen Schwenk zu dir. Du bist ja... Du hast ja ursprünglich einmal... Geh mal ein bisschen zurück an die Geschichte. Du hast ja ursprünglich einmal in Freiburg studiert, oder? Genau. Dann bist du zurück ins Land gekommen, bei der Landesbank, im Marketing gearbeitet und dann schnell einmal als Geschäftsführer, ziemlich genau vor zehn Jahren. Genau. Genau vor zehn Jahren. Genau vor zehn Jahren. Jetzt kommst du aus. So ist es. Dann komme ich noch noch darauf zurück, zum FCVDUZ gekommen. Wie ist das gelaufen? Ist das dein Ziel schon immer gewesen, so etwas zu machen? Ja, ich wollte immer etwas machen, wie du angesprochen hast, im Bereich Wirtschaft mich weitergebilden. Ich habe dort ein Studium gemacht und wollte es immer mit Sport verbinden. und das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, als ich den Weg eingeschlagen habe. Dazu hat es nicht so viele verschiedene spannende Möglichkeiten gegeben mit Sportmanagement, Ausbildungen usw., sondern du hast eigentlich eher im Bereich Wirtschaft gehen oder im Bereich Sport, wo dann eher Sportlehrer und in dieser Branche bin. und ich habe dann gesagt, ich mache BWL, möchte aber irgendwo den Sprung in den Sportbereich schaffen. Und ich durfte dann meine Masterarbeit beim FCVDUZ schreiben. Ich habe 1999 damals einmal beim FCVDUZ gespielt, als Spieler. Ich habe meine Masterarbeit hier geschrieben, bei Praktikanten. Und ich war, wie du angesprochen hast, als Hauptsponsor als einer von den zwei Hauptsponsoren den FCVDUZ betreut. Und so hatte ich immer eine Verbindung zum FCVDUZ. Und ja, vor zehn Jahren kam die Anfrage vom neuen Vorstand dazu, ob wir uns vorstellen können keinen Geschäftsführer würden. Und ja, ich musste es eigentlich nicht lange überlegen, weil es ist eigentlich der Bereich, wo ich immer Fuss fassen wollte. Und ja, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Tag bereut. Ja, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Du hast sicher auch nichts erlebt, oder? Ja. Eine lustige Sache. Ja, sicher. Wolltest du erzählen? Ich glaube, ein paar Sachen werden hinterher bleiben. Aber es ist schon so, dass in diesen zehn Jahren extrem viel gelaufen ist. Und das macht es auch so spannend. Es ist eigentlich kein Jahr das gleiche wie das andere. Du schaffst mit verschiedenen Leuten zusammen. Sei es im Vorstand, sei es aber auch auf der sportlichen Ebene. Du hast verschiedene Charaktere, verschiedene Mannschaften. Auch im Nachwuchs oder im Breitenfußball. Es ist sehr, sehr vielfältig und darum kann es vergleichbar mit anderen. Und ich glaube, das macht es eigentlich aus, dass du jeden Tag mit neuen Aufgaben ein gleiches Geschäft kommst. Was hat sich so meistens verändert in der Zeit? Was willst du sagen? Also generell? Geschwindigkeit oder der Umgang mit den Menschen? Ja, es ist eine schwierige Frage. Also, ich habe das Gefühl, dass wir sehr mit, auf vielen Ebenen probiert haben, mehr in den Dialog zu gehen. Oder man hat einen sehr guten Austausch, sei es mit der Command, sei es mit unseren Sponsoren, sei es mit den Gönnern. und das ist für mich etwas Wichtiges, dass man wirklich im Dialog geht, dass man offen ist für neue Sachen, für Ideen, auch für Kritik, die es immer wieder einmal gibt. Aber natürlich auch für Lob. Es ist bei uns auch manchmal, ich sage jetzt eine kleine Krankheit, dass man mit Kritik sicher nicht geizt, aber wenn es einmal gut läuft, ist man eher zurückhaltend. Und mit dem muss man sehr umgehen. Da tut es nicht einfach weh, wenn man so sieht, dass man Erfolg hat und mit schätzt. Ja, irgendwo hat man sich ein wenig daran gewöhnt. Und man muss es einordnen können, wenn ich noch am Spiel und gewinne. Und du hast schlussendlich gewonnen, auch weil der Gegner so schlecht war. Es sind dann manchmal so Aussagen, die dann schon an einen zu denken gehen. Aber auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass man die Leute, die wir wissen, die im Umfeld für uns viel Gutes tun und die wichtige Leute für uns sind, dass die auch dementsprechend am Ball sind. Und ich sage jetzt einmal, Nörgler gibt es überall. Das gehört auch dazu. Fussball ist emotional. Das braucht so. Aber das muss man sehr ein bisschen einordnen können. Und das habe ich gelernt in diesen Jahren. Mhm. Es ist ja Fussball, du tust es ein bisschen an. Fussball ist emotional, ist auch ein hartes Geschäft. Es reden viele, viele Leute dort. Du hast Spiele, du hast Vermitteln, du hast andere, die dort reinreden. Es sind unterschiedliche Interessen, die dort sind. Es ist immer so ein bisschen ein Zwickmühle. Wie geht es mit dem? Ist es nicht manchmal schwierig, auch dort den Spagat immer richtig zu finden zwischen all den Anspruchsfluggen? Wohl. Das habe ich auch schon mal gesehen. Der Job von mir ist schon teils ein bisschen der Troubleshooter. Du bist auf verschiedensten Sachen. Du probierst irgendwie zu balllos zu halten. Und du musst dir, meine Frau sollte immer, ich bin ein hoher Diplomat. Aber es gehört natürlich ein bisschen dazu. Du musst irgendwo die verschiedenen Interessen unter den Hut bringen. Das ist ja auch die Herausforderung beim FC Verdotz, wo viele vielleicht zu wenig sehen, dass wir auf der anderen Seite jetzt gehören wir zu den besten zehn Mannschaften in der Schweiz. Das ist eigentlich ein riesiger Erfolg und eine riesige Anerkennung. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein Dorfverein, wo wir genau die gleichen Aufgaben haben wie unsere anderen Vereine im Land. Wo wir Nachwuchs ausbilden, wo wir im breiten Sport sind, wo wir genau die gleichen Sorgen und Bedürfnisse auch haben. Wir müssen ein Gebet und daran den Hut bringen. Und ich glaube, das ist auch mit die grösste Herausforderung beim FC Verdotz. Wenn wir uns darüber reden können, dann merkt man, Fussball ist allpräsent. Du hast angehört, der Franz ist noch Sportchef. Ihr redet sehr viel über Fussball, aber wenn du mal daheim bist, dann wird auch noch über Fussball geredet. Gibt es ein anderes Thema? Nein, bei mir daheim zum Glück nicht. Dort bin ich nicht einmal so böse, dass meine Frau jetzt nicht so auf Fussball raus ist, sowohl mit meinem Bub Fussball gespielt. Meine Tochter hat den Zoo angefangen, also irgendwie so schliesslich der Kreis. Ja, präsent. Ich glaube, gerade hier mit dem Franz, dort haben wir eine gesunde Mischung, dass wir irgendwie etwas trennen können. Aber klar, wenn wir uns vielleicht um Privat einmal sehen, schlussendlich geht es immer weiter diskutiert und weiter geredet. und dann sage ich so, am Abend, wenn man nach Hause geht, gibt es noch ein Telefon, wenn man sich aktuell dem Thema widmen muss. Es ist schon so, es ist nicht eine 08.15, die von morgen um 8 bis um 6 Uhr arbeiten, bis nachher abgeschalten, sondern gerade aufs Wochenende. Aber das hat man noch gelernt, dass es dazugehört. Das macht es so spannend. Aber ich bin froh, wenn es zu Hause auch mal nicht immer noch um Fussball geht. Wer legst du dich ab? von Fussball? Wie erholst du dich von Fussball? Bei meiner Familie. Für mich ist es der grösste Ausgleich, den ich hatte. Wir hatten drei super Kinder. Bei meiner Frau zusammen, wir haben es uns wirklich schön gemacht zu Hause. Das ist ganz wichtig für meine Familie. Ich habe dort meinen Ausgleich. Teilweise habe ich auch eine musikalische, auch eine Band, wo wir momentan zwar nicht so aktiv sind, aber es sind meine Kollegen, die natürlich auch einen super Ausgleich zum arbeiten. Ich habe so angetönt. Zehnjähriges Jubiläum als Geschäftsführer. Du bist seit einem Jahr jetzt Präsident und Geschäftsführer. Seit einem Jahr, du hattest das historische Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Du bist aufgestiegen mit den ersten 2.000 Superligas. Du hast eigentlich schon alles erreicht, Ja, ich habe schon gedacht, das kann ich nicht wieder hören, oder? Nein. Ich glaube, da darf man natürlich auch das Lob sicher auch weitergeben. Trout ist lange im Amt gesehen. Er hat dort den Weg auch für den Erfolg Das ist ganz klar. Und für mich ist es jetzt nicht irgendwie eine Übertragung, weil ich jetzt im Amt bin. Aber klar, wir haben dazumal, wo der Vorschlag kam, intern, dass ich das Doppelamt übernehme, verbunden mit gewissen Vorteilen. gewisse Vorbehalte im Umfeld gegeben habe. Das ist auch logisch. Aber ich glaube, wir haben nicht so bewiesen, dass wir in einer solchen Konstellation durchaus erfolgreich sind bzw. dass es eigentlich auch gut funktioniert. Also wir reden eigentlich von einer gut funktionierenden Struktur, unabhängig davon, ob wir jetzt aufgestiegen sind oder nicht. Also das muss man so sagen, man hätte noch vor einer guten Saison geredet, wenn wir jetzt nicht aufgestiegen wären. Also man dürfte es nicht ummünzen aufs Sport. Aber ich hoffe, ich hoffe natürlich auch, dass das Umfeld und auch bei uns die Vereinsmitglieder zufrieden sind mit dem Job. Wobei es ist natürlich jetzt noch eine spezielle Situation gewesen, mit dem Lockdown, wo du einfach drei, vier Monate einfach mal, gerade was die Vereinsmitglieder anbelangt, bist du einfach Face-to-Face gerne mit ihnen in Kontakt gewesen. Das hat natürlich schon gefehlt. Und das ist auch für mich etwas, das ich aufnehmen möchte, gerade auch für die nächsten Monate, dass man den persönlichen Kontakt wieder kann, ein bisschen erhöhen, dass ich mehr an den Spielen kann, dass ich mehr Kontakt mit den Familien habe, die bei uns tagtäglich auf dem Platz stehen und auch mit der Mannschaft. Und das ist etwas, worauf ich mir die Fahnen geschrieben habe, das ich jetzt noch intensivieren möchte. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was ist dein Ziel, dein persönliches Ziel für die nächste Saison? Aber du hast gerade etwas angetönt, mehr Kontakt wieder zu haben mit den Leuten. Ist das so? Ja. Ich glaube, das ist für uns auch eines der Ziele, die wir uns auf Fahnen geschrieben haben, dass man enger in Kontakt mit der Bevölkerung ist, dass man enger in Kontakt mit ehemaligen Spielern ist. Wir haben dort auch zwei verschiedene Projekte, die wir laufen haben, dass wir ehemalige Spieler, die beim FCV dort waren, Funktionäre, Vorstandsmitglieder, dass wir diese wieder enger an den Verein herbinden. dass man auch mit der Gemeinde zusammen vielleicht für die Bevölkerung etwas macht. Also es gibt verschiedene Gedankengänge, die wir haben. Unter anderem, das, was ich vorher angesprochen habe, oder direkt Kontakt mit unseren Mitgliedern selber. Das sind schon so Sachen, die ich das Gefühl habe, die neben den sportlichen Herausforderungen, die wir haben, die uns natürlich begegnen würden in der nächsten Saison. Aber für mich auch wichtig ist, dass wir strukturell und organisatorisch auf der Geschäftsstelle das Ganze auch handeln können. Mit der Corona-Situation gibt es neue Aufgaben, die du erfüllen musst. Jetzt sind wir dabei, zu analysieren, dass jeder seine Aufgaben hat. Neue Aufgaben müssen verteilt werden. Das sind die Sachen, die uns beschäftigen in den nächsten Wochen. man merkt, dass noch einige Ziele, die du vorher hast und du fährst langsam an, deine Ideen auch zu definieren. Gehen wir mal ganz weit vorne, wenn es irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo der Patrick nicht mehr da ist. Was hättest du gerne, was die Leute von dir in Erinnerung behalten, als FCV-Präsident? Ja, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einer, der nicht extrem auffällt oder auffallen will. Sondern für mich ist wichtiger, dass die Leute vielleicht auch im Nachgang sagen, er hat einen guten Job gemacht. Weil schlussendlich bist du ja irgendwo ein Vertreter gegen aussen, aber auch gegen innen. Und für mich ist wichtig, dass sich die Leute mit dem, was ich mache, identifizieren können und sagen, ich bin froh, dass ich beim FCV-DOTS bin, weil wir haben eine gute Stimmung, wir würden gegen aussen positiv wahrgenommen. Und ich glaube, für mich wäre das wahrscheinlich das schönste Kompliment, wenn auch Vereinsmitglieder und die, die im Umfeld sind, sagen mal, der Patrick hat uns, wir gehören ja alle zur gleichen Familie, gegen aussen gut vertreten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das grösste Kompliment, das man überkommen könnte. Sehr schön, ja. Und weg vom Fussball, was sind noch weitere Treue, die du irgendwo im Hinterkopf hast? Ja gut, die Treue muss man haben. Darf sie erzählen? Ja, privat. Das ist das andere, das habe ich mit meiner Frau noch nicht abgesprochen. Okay, dann. Spass. Ich glaube, ich bin auch jemand, der jetzt nicht mehr fünf oder zehn Jahre Pläne auflädt und sieht, ich will das und das erreichen. Es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, es ergeben sich auch immer wieder Ideen. Ich bin auch manchmal ein Spontaner, der dann im Mittagstest sitzt oder am Abend, wo wir sagen, hey, das könnte man noch oder das, es wäre eine super Sache. Ob es in einer Veränderung daheim ist, im Garten oder was auch immer. Ich habe auch in den letzten Monaten das ein oder andere selber umsetzen können. Und für mich ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass ich das, was ich mache, mit Überzeugung mache, dass ich es gerne mache. Und ich glaube, wenn ein Zeitpunkt gekommen wäre, wo es dann ist, dann muss man sich neu orientieren. Aber solange, wenn ich mit voller Überzeugung das mache, muss ich mir noch nicht so viele Gedanken machen, wo ich irgendwann einmal hinnehme, weil schlussendlich kommt es dann eh anders, als wenn man das denkt. Also von dem her. Schönes Schlusswort. Patrick, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute in deinem Amt. Weiterhin so. Wir besetzt. Das macht uns allen eine Freude und an der Mannschaft und dem FCVDUZ insgesamt viel, viel Glück. Vielen Dank, dass du da war. Und das war wieder liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für das Zulog. Ich hoffe, es hat auch Spass gemacht für mich. Und dann hoffentlich bis bald mal wieder und machen's gut.